In der Alarmempfangsstelle der Hellwacht-Gruppe arbeitet geschultes Personal, ausgebildete Ersthelfer, Brandschutzbeauftragte und Einsatzfahrer, 24 Stunden rund um die Uhr. Notrufzentrale und Rechenzentren sind videoüberwacht, alarmgesichert, brandschutzgesichert und energieautark, zertifiziert nach EN 50518, wie ein Hochsicherheitstrakt. Da haben wir einen Einbruchsalarm von der DG Dachsicherung bekommen. Auf der Kamera habe ich gesehen, wie jemand beim Fenster reinen kackselt. Hier werden Ihre Alarme gemanagt. Notruf Randalarm Einbruchsalarm Ferntüröffnung Stillealarm Rufhilfe Aufzugsnotruf und Personenbefreiung Schlüsseldepot und Schlüsselzustellung Hellwacht – mit Sicherheit für Sie da! Rufhilfe 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 Rufhilfe